We must be absolutely dead in time, you know? Ich weiß. Einzig, allein, dies ist wichtig, alles andere, null und nicht ich, was links und rechts passiert, ist ganz egal. Das hier ist der Wendepunkt, der alles um mich ändert und was sonst geschieht, bemerk ich nicht einmal. Wenn irgendwas entscheidet, was ich in Zukunft tu, wenn irgendwas das ausmacht, was ich werd, ob ich Höllen, Qualen leite oder Glück hab und ist gut, wird einfach, ob ich lebe oder sterb. Denn das hier, das worauf es ankommt, das hier ist das Einzige, was zählt. Das hier ist der Punkt, um den es geht. Konzentriert hoch, motiviert auf dieses eine, fokussiert die Szene, läuft von mir ab wie im Film. Dieser Augenblick ist heilig, die Zukunft muss heute verteidigt werden und die Welt um uns steht still. Hinter uns ist gar nichts und alles, das jetzt vor uns liegt, hängt von diesem einen ab. Ist es Himmel oder Hartes, geht es hinab oder empor? Halt das Glück fest mit all deiner Kraft. Denn das hier ist das, worauf es ankommt. Das hier ist das Einzige, was zählt. Auf das hier warte ich so lang schon. Das hier ist der Punkt, um den es geht. Das hier, das hier, das hier, das hier. Bündle alle Energie, die es in dieser Sphäre gibt. Jeder Muskel, jeder Nerv ist angespannt. Dies ist die Gelegenheit, Geschichte, die das Leben schreibt. Denn Schicksal liegt jetzt hier in deiner Hand. Stürzen oder Fliegen, Teufel oder Gott. Linksrum, rechtsrum, Wunser oder Hass. Hassen oder Lieben, Lieben, Thron oder Schaffwort. Wirklich nichts und niemand hält uns an. Denn das hier ist das, worauf es ankommt. Das hier ist das Einzige, was zählt. Auf das hier warte ich so lang schon. Das hier ist der Punkt, um den es geht. Das hier ist das hier. Das hier ist das hier. Ja, ja, ja.